Hallo und herzlich willkommen bei Sportsgeist Heilbronn. Heute geht es um das Thema der Sensationsgeilheit und warum ich der Meinung bin, dass mittlerweile sehr, sehr viele den Verstand verloren haben, weil sie einfach nur noch etwas schauen, was mit dem jetzigen Thema zu tun hat. Egal ob es die Maßnahmen sind, egal ob es die Ausgangssperre ist, egal was die da oben machen oder auch nicht machen. Es interessiert so viele Menschen und ich komme mittlerweile von dem Punkt ab, um zu sagen, das ist nicht mehr gesund, was ihr da macht. Ihr wollt nur noch Sensationen, ihr wollt nur noch Aufdeckungen, Skandale. Das ist natürlich schon immer so eine Sache gewesen, dass die große Mehrheit der Menschen immer auf Sensationen gegeiert haben und es ihnen Spaß gemacht hat, immer wieder Schlagzeilen irgendwo zu lesen. So funktioniert eben Marketing, so funktioniert das Fernsehen, so funktionieren die Printmedien, so funktioniert seit über 10 Jahren auch YouTube. Natürlich, das ist mir auch bewusst, aber das waren bisher immer Schlagzeilen, wo es dann vielleicht mal um den oder denjenigen ging, der sich mal ein bisschen peinlich berührt gefühlt hat und alle anderen haben dann über ihn gelacht. Also das Prinzip der Schadenfreude, was sehr, sehr gut funktioniert hat und auch immer noch funktioniert. Mittlerweile sind es die Diffamierungen, die alle anderen, die eben nicht sozusagen zum aufgewachten Kreis gehören, amüsieren und worüber man sich dann informiert und Klatsch und Tratsch entsteht, aber ganz, ganz viele, gerade in dieser Szene der Wahrheitsbewegung, sind nur noch hinterher nach Skandalen, nach irgendwelchen Aufdeckungen. Wie lange müssen wir jetzt noch zu Hause bleiben und wie sieht es aus in Zukunft, wie kann ich dieses und jenes machen? Das wird euch um den Verstand bringen, wenn es euch noch nicht um den Verstand gebracht hat. Warum? Du solltest doch einfach mal dich mit dir beschäftigen und anfangen, mal deine Schlüsse daraus zu ziehen, deine Schlüsse für die Zukunft. Dir bringt es doch gar nichts, ob du jetzt jeden Tag, jede Sekunde informiert bist, wie lange das alles noch geht und was wird noch kommen und was haben wir noch zu befürchten. Du wirst es schon mitbekommen, zumindest das, was eben dann von offizieller Seite auch immer weiter verlängert werden wird. Alles, was darum ist, was jetzt so das Thema Krisenvorsorge angeht, da bin ich ja auch voll dabei und sage, ja, das ist wichtig und da sollte man sich auch Gedanken darüber machen. Aber alles andere, was eben darauf zielt, nur irgendwie zu schauen, wo geht es jetzt weiter mit den Maßnahmen, was haben wir zu befürchten und wie sieht es aus mit dem Thema I-Stoffe? Wie sieht es aus, können wir uns da schützen? Wie machen wir das am besten? Da kann man präsentieren, was man möchte. Wenn jetzt jemand fünf Videos die Woche über dieses Thema rausbringt, dann gibt das eine Riesensensation, der Kanal wird überflutet, es wird immer mehr Zuschauer geben, die sich das anschauen, weil da alle nur noch in ihrem eigenen kleinen Kokon rennen und suchen nach dem Heiligen Gral. Und das ist so eine bedenkliche Sache aus meiner Sicht, weil es bringt dir zum Schluss nichts. Du hast nicht mehr Erkenntnis. Du wirst darunter nur leiden im folgenden Verlauf, je länger du das so mitmachst. Und das wird dir auch das Genick brechen, weil du dich überall im Außen informierst und immer der nächsten skandalösen Schlagzeile hinterher hechelst, aber du gar nicht mehr an dein eigenes Leben denkst. Jetzt sagen viele, ja das machen die alle aus Angst und Panik vor dem, was kommen wird. Aber genau dann darf ich mir das doch gar nicht mehr anschauen. Da muss ich doch noch mehr bei mir bleiben und muss mal anfangen, spätestens jetzt meine Zukunft zu planen. Also ich verstehe es wirklich nicht, wie sich das so lange durchziehen kann. Irgendwann ist doch auch mal gut und irgendwann sollte doch auch mal jeder informiert sein, der informiert werden möchte. Da muss man doch nicht jeden Tag neue skandalöse Aufdeckungen sich anschauen oder die Einschätzung von dem, die Einschätzung von dem, wie es da weitergeht. Das hat doch gar keinen Wert. Und warum ich dieses Video mache? Damit ich einfach mal auch eine Ansprache an meine Zuschauer halten kann, weil ich weiß, dass sehr viele meiner Zuschauer genau auf dem gleichen Weg sind und das schon sehr, sehr lange. Und ich möchte da zumindest von meiner Seite aus Verantwortung übernehmen und sagen, lasst das. Es wird euch nichts bringen. Macht Vorräte, schaut, wie ihr über einen Stromausfall hinauskommt und das war's. Alles andere, da müsst ihr in euch selbst suchen, was eure Lösung für das jeweilige Problem ist. Hört ihr auf zu arbeiten. Fangt ihr an selbstständig zu werden, ganz unabhängig von irgendwelchen Bürogebäuden. Das heißt, ihr macht das zu Hause. Steigt ihr komplett aus, aus dem System. Das müsst ihr für euch überlegen. Und da wird niemand kommen und euch an der Hand nehmen und sagen, so, und jetzt gehen mal 150.000 Menschen hinter mir her und dann wird das schon funktionieren. Nein, definitiv nicht. Und du verschwendest Zeit. Du verschwendest kostbare Lebenszeit. Du hast sicherlich in den letzten Monaten sehr, sehr viel mehr Zeit mit den Medien verbracht, vor allem mit den alternativen Medien, um dort immer wieder auf dem aktuellen Stand zu sein. Rechnet ihr mal aus, wie viel Zeit das pro Tag war, was das jetzt summa summarum darstellt. Das wird einen sehr großen Teil ausmachen zum Schluss am Ende des Jahres. Weil wir haben ja 2020 schon die ersten Informationswellen gehabt und wenn man sich das zusammenrechnet, da würden Zahlen rauskommen. Das ist unglaublich. Und ihr müsst euch mal überlegen, das ist ja quasi nur eure Freizeit, die ihr dafür aufopfert. Wenn das jetzt jemand beruflich macht, weil er Journalist ist, weil er sonstige Reportagen oder irgendwas in diesem Themenbereich macht, dann ist es ja vollkommen nachvollziehbar, weil das dem sein Job ist. Aber wenn ich jetzt von der Arbeit komme oder mittlerweile, das ist nämlich aus meiner Sicht auch ein ganz großes Thema, die Leute nur noch zu Hause sitzen aufgrund von Homeoffice und viel, viel mehr Zeit haben, sich dann immer weiter zu informieren, Dauer online sind und nicht davon abschalten können. Und das ist so fatal, weil ihr verschenkt Lebenszeit, die ihr für euch nutzen könnt. Wenn jetzt einer sagt, ja, aber was soll ich denn mit der Zeit machen? Ich kann ja nicht raus, ich kann ja nichts machen. Also raus kannst du. Du kannst spazieren gehen, solange du möchtest. Du kannst alles Mögliche in deinen vier Wänden machen. Und da hält dich auch niemand von ab. Du kannst anfangen, gute Bücher zu lesen. Du kannst anfangen, dich um deine Wehwehchen zu kümmern, die sich vielleicht in den letzten fünf oder zehn Jahren angehäuft haben. Du kannst dich darum kümmern, dass du mal so ein bisschen dich in den Themenbereich der Ernährung einliest oder auch Videos dazu schaust. Weil das ist ja wiederum was, was du nur für dich tust. Da zeigen sich ja dann auch Auswirkungen, wenn du da etwas optimierst, verbesserst, dir mal eine neue Sichtweise anschaust. Aber wenn du dir irgendwelche Skandale anschaust oder wenn du dir irgendwelche alternativen Medien anschaust, dann hast du zum Schluss doch nichts gewonnen. Du hast nicht mal was Handfestes, was du später in die Tat umsetzen kannst, was du damit machen kannst. Das sind einfach nur Informationen, die du tagtäglich fast schon süchtig aufnimmst und du davon überhaupt nichts gebrauchen kannst. Natürlich ist es schön zu wissen, dass jetzt vielleicht in zwei Wochen wieder die nächste Verlängerung kommt und dies und das. Aber das ist ein Informationsgehalt, den habe ich in fünf Minuten aufgearbeitet. Da brauche ich mich nicht jeden Tag drei Stunden irgendwo informieren oder gar noch mehr. Weil ich weiß, dass sehr viele Menschen auch mittlerweile die Arbeit verloren haben und jetzt nur noch auf diesem Weg sind Informationen, wie soll ich bloß die Zukunft überleben, wie soll ich das bloß alles machen. Indem du bei dir bist, indem du mal anfängst, vielleicht mal dich mit dir selber zu beschäftigen. Kinder, die das nicht können, denen sagt man, die haben eine Entwicklungsstörung, weil sie es nicht gelernt haben, sich mit sich selbst ohne Aufmerksamkeit, ohne Publikum zu beschäftigen. Und das, was ich aktuell sehe in der Gesellschaft, das sind Erwachsene mit Entwicklungsstörung. Ich muss das ganz klar und hart so sagen, weil ich wirklich Bedenken habe, wie das noch so weitergehen soll. Weil es wird so weitergehen, was das Drumherum angeht. Und was du daraus machst, das liegt ganz bei dir. Aber wenn du weiter diesen Weg gehst, du wirst immer mehr abdriften und wirst einfach gar keinen klaren Verstand mehr haben, weil du dich so sehr in dieses Thema reinsteigerst. Und das sehe ich, wie gesagt, in meiner Verantwortung, da auch mal was zu zu sagen. Ich habe auch das ein oder andere Video gemacht, absolut, aber ich mache halt ein Video oder mache zwei Videos dann zu dem Thema in 30 Tagen und nicht jeden Tag. Und dann schauen sich das x-tausend Menschen an. Ich könnte auch jeden Tag ein Video dazu machen, wenn es mir darum gehen würde, dass nur Leute zuschauen. Aber ich weiß, dass ich damit Leute verrückt mache und das möchte ich nicht. Und deswegen blende ich mittlerweile auch Kommentare aus, wie, ja, kannst du nicht wieder nochmal was zu dem und dem Thema machen? Wie siehst du das und das? Wir müssen da auf dem neuesten Stand gehalten werden. Nein, müsst ihr nicht. Ihr müsst auf dem neuesten Stand gehalten werden, wie es eurem Körper geht, wie es eurer Seele geht und wie es eurem Kopf geht, was den psychischen Zustand angeht. Alles andere ist irrelevant. Es wird dir nichts bringen. Jetzt würde mich mal interessieren, sei mal wirklich ehrlich. Machst du das, dass du sehr, 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 sehr viel Zeit am Tag verbringst vor alternativen Medien, um dich zu informieren, um zu schauen, wie geht es weiter, was kann ich machen, in welcher Misere stecken wir? Oder sagst du, nee, es war am Anfang der Fall, aber jetzt habe ich mich mittlerweile auch gewissermaßen damit abgefunden und weiß, dass mir das einfach nichts bringt. Lass es mich wissen in der Kommentarsektion unter dem Video. Würde mich sehr, sehr freuen. Wenn dir dieses Video gefallen hat und du ganz genau nachvollziehen kannst, was ich in diesem Video gemeint habe, dann gib diesem Video doch bitte einen Daumen nach oben. Und solltest du Freunde und Bekannte haben, die genau das machen, was ich gerade dargestellt habe in dem Video, dann teile diesen doch mal bitte dieses Video hier von mir. Solltest du noch kein Abonnenten meines Kanals sein, dann hol das doch bitte jetzt einmal nach, um täglich neue Videos eigentlich ja zum schönen Thema Gesundheit von mir zu erhalten. Und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere doch bitte die Glocke, um auch sicherzustellen, dass du jedes neue hochgeladene Video von mir auch angezeigt bekommst. Bis zum nächsten Mal, euer Ingmar Bieder.